Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Und zwar entführen wir euch diesmal auf die Messe München und zwar auf die Free, also auf die Outdoor-Messe. Früher Caravan und Boot, also Caravan, Boot und Reisen und eigentlich hat sich das ja nicht verändert, würde ich behaupten, nur eben heißt sie jetzt Free. Auf jeden Fall finde ich die ziemlich cool, weil es einfach von allem was gibt und man auch einige Sachen testen kann, wie hier zum Beispiel links diese Stand-Up-Peddles oder auch die Kayaks und Kanus. Und es gibt auch eine Tauchecke, eine Radlstrecke, für die Kleinen gibt es total viel, also das ist alles sehr, sehr lieb gestaltet und macht richtig viel Spaß. Wir waren heuer gleich zweimal dort, obwohl wir ganz normal Eintritt bezahlt haben, also nicht irgendwie geladen worden sind, aber es hat sich einfach total gelohnt im Vorverkauf. Also online kosten die irgendwie 25% weniger, die Karten, also 9 Euro pro Person. Und unser Kleiner, der war noch gratis, der kostet dann glaube ich 5 Euro oder so, aber erst ab dem sechsten Lebensjahr. Von dem her fand ich das jetzt gar nicht so schlimm, wenn man überlegt, was so ein Indoor-Spielplatz oder so schon kostet. Und genau, jetzt will ich mal gar nicht so lange weiter labern, sondern euch einfach ein paar Eindrücke zeigen. Aber auf jeden Fall ist wirklich unglaublich viel dabei und auch die ganzen Caravans zu sehen und mal reingehen zu können, die Zelte, richtig cool. Das einzigste Manko ist, dass man danach immer das Gefühl hat, dass man alles Mögliche bräuchte und ohne gewisses Auto-Equipment nicht mehr überlebensfähig ist. Und da geht es nicht nur mir so, also das habe ich Ihnen schon von einigen gehört. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 So, das war's von uns. Es geht wieder ab und nach Hause. Die Free sind echt immer einen Besuch wert, gerade mit Kindern. Das ist auch total witzig, da gibt es einige Kinderbereiche. Und sowas wie Kajakfahren kommt ja auch immer richtig gut an. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Winke, winke. Awww. Ja. Ja An die Zahl. Ja, die Zahl. Die Zahl. Ja. Ja. Ja.